Es ist Donnerstag, 17 Uhr und damit natürlich höchste Zeit für eine neue Folge unserer wunderbar herrlichen fränkischen Reise mit dem 1. FC Nürnberg. Die Mannschaft und der Verein, der aktuell in dieser Saison noch ungeschlagen ist, aber der Trainer ist trotzdem nicht so ganz zufrieden. So viel, glaube ich, können wir festhalten. Die letzten drei Spiele, allesamt unentschieden gespielt gegen Magdeburg, gegen den KSC und gegen Fortuna Düsseldorf. Da wäre insgesamt ein bisschen mehr möglich gewesen. Nichtsdestotrotz aktueller Stand der Dinge, Platz 5. Leider Gottes hinter der Westforsstadt, das ist nicht so gut, aber mit neun Punkten aus fünf Spielen so halbwegs ganz ordentlich dabei. Unser großes Ziel ist es ja, das habe ich auch eingangs angesprochen, so ungefähr immer in dem Dreh zu sein, wo man so einen Zweier-Punkte-Schnitt pro Spiel hat. Da fehlt uns gerade einer. Den gilt es irgendwie aufzuholen. Aber heute gehen wir erstmal rein. Ihr wisst, es ist die Länderspielpause, die ansteht. Der FC Memmingen, der im Max-Morlock-Stadion erscheinen wird, bei 34 Grad und leicht windigen Bedingungen. Es ist ein Testspiel, das wir absolvieren werden, um so ein bisschen die Verletzten und auch die Neuen wieder zusammenzukriegen, die Mannschaft so ein bisschen ins Rollen zu kriegen, um dann gegen Elversberg, Hertha, Dresden und Schalke Gast zu geben, bevor dann die Winter- bzw. die Länderspielpause im Oktober ansteht. Und das ist für heute der Plan, noch dazu Transferperiode offen, also eventuell könnte noch was passieren. Ich will eigentlich nicht, aber auch das werden wir uns anschauen. Und in dem Sinn würde ich sagen, wenn es euch wieder gefällt, gerne ein Däufchen da oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo dann, verpasst nichts. Checkt gerne die Links unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch den FM holen wollt oder in den Twitch-Livestreams am Start sein wollt. Und ansonsten, Freunde, würde ich sagen, gehen wir rein. Ich kann leider Gottes tatsächlich gerade noch nicht auf eure Kommentare der letzten Folge eingehen. Übrigens, mir fällt gerade auf, wir können die Woche einmal komplett planen. Das machen wir auch. Kann da leider aktuell noch nicht drauf eingehen, weil ich die Folge mehr oder weniger am gleichen Tag aufnehme. Also bei mir ist gerade der 20.03.16 Uhr 9, sozusagen knapp 24 Stunden vorher. Ich mache es mal doch ein bisschen mit mehr Sinn und Verstand hier, den Trainingsplan einzustellen. Fällt mir gerade auf. So, das Drumherum ums Spiel und dann Rainer. Dementsprechend kann ich, wie gesagt, leider Gottes noch nicht drauf eingehen. Aber das ist nicht weiter dramatisch, denn ich glaube, es steht aktuell noch nicht allzu viel an. Klar, Transferperiode oder Transferfenster ist noch geöffnet. Und natürlich gäbe es auch hier und da nochmal Möglichkeiten, eventuell über die ein oder andere Personalie zu quatschen. Aber ich glaube, alles in allem ist das auch soweit relativ in Ordnung, wie wir das jetzt gelöst haben. Würde ich mal behaupten. So, das heißt, wir machen einmal kurz schnell den Trainingsplan. Ich glaube, ich mache sogar defensive, defensive Zweikampf. Das darf ruhig hier am Mittwoch oder am Donnerstag ein bisschen intensiver sein. Und dann gehen wir schon rein in die Vorbereitung auf Memmingen. Nee, nicht auf Memmingen, auf Elversberg. Das heißt, auch da werden wir einmal reingehen. Es ist ein Samstagsspiel. Auch da würde ich fast sagen, legen wir den Fokus nochmal ein bisschen auf die Defensive. Einmal alle. Da werden wir auch herausarbeiten von Chancen und die Chancenverwertung mit reinnehmen. In der Defensive machen wir Defensivkopfball und Zweikampf. Defensivkopfball, Verteidigungsverhalten in der Offensive ist, glaube ich, besser. Und hier die Standards. Und dann passt das. Ansonsten, wie gesagt, 1. September 2024 aktuell. Transferfenster schließt. Sechs Spieler sind auf Länderspielreise. Das werden wir uns auch gleich nochmal anschauen, wen es da tatsächlich von uns betrifft. Und dann also gleich Vollgas in Richtung Memmingen-Elversberg. Was, glaube ich, durchaus wichtig sein wird. So ein bisschen, wie gesagt, diese Verletzten und die ganzen Angeschlagenen und Neuzugänge und was nicht alles ein bisschen zu integrieren. Ich glaube, ihr habt es in der letzten Folge auch mitbekommen. Ich hatte so ein bisschen Probleme, wen man eventuell auch nochmal von der Bank bringen kann, um nochmal einen Impact zu haben. Das ist immer nicht ganz so leicht. Was ist denn hier los, Freunde? Deadline der Gerüchte. Lea Pacarada angeblich zu Priemen. Also ein Gerücht. Riese zu Heidenheim. Ja, Wahnsinn. Und Alario eventuell zu Rostock. Okay. Ähm, Deadline-Day an sich würde ich fast sagen, schau mal, Karl-Klaus bei den Wulfs und Ortegel. Hä? Äh, nee, würde ich tatsächlich ablehnen. Will ich gar nicht großartig rein und in irgendeiner Art und Weise was machen. Ähm, sollte nochmal ein Angebot kommen, dann kann man da nochmal gucken. Aber alles in allem, äh, nee, bin ich froh, wenn das Thema und die Transferperiode jetzt erstmal durch ist. Und dann gucken wir mal. Wobei stimmt, es gibt ja noch hier den einen oder anderen. Ähm, mh, 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 mh. Ist das Transferfenster schon zu jetzt? War das schon das Ende? Nee, wir haben, äh, es ist noch offen, oder? Es ist, glaube ich, ähm, noch offen. Schau mal, wir haben ja noch die ganzen Scouts, aber sehr interessiert an der Laie. Aber das interessiert mich jetzt aktuell erstmal noch nicht. Wobei das Einzige, was wir natürlich nochmal machen können, wäre, aber ich glaube, da komme ich jetzt gar nicht rein, ne? Komme ich da noch rein in den Deadline Day? Ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr rein. Seht ihr, jetzt, wo ich sage, nee, brauchen wir nicht, dann wäre ich doch nochmal ganz gerne reingeschaut. Sonst hätte man nochmal gucken können, ob theoretisch noch die ein oder andere kostenlose oder nahezu kostenlose, ähm, Laie mit am Start ist. Ähm, ja gut, Winzheimer nehme ich dann doch mal mit, bevor er gar nicht am Start ist. Bestätigen wir das nochmal? Das wäre nochmal interessant gewesen. Ich gucke mal, Transfer, Deadline Day, nee, dann habe ich das hier, dann habe ich das hier schon abgelehnt und da komme ich auch, glaube ich, gar nicht mehr rein. Ist aber nicht weiter dramatisch, ähm, das ist in Ordnung. Ich meine, wir können, ähm, ich mache mal kurz die Scouting-Aufträge als gelesen. Wir können ja auch nochmal ganz kurz hier reingehen. Spieler in Reichweite löschen und gelistet, was die Laie angeht und sortieren einfach mal nach Fähigkeit. Mikkel Kaufmann wäre nochmal am Start. Pruszynski, das sind mehr oder weniger die, die ganzen alten Bekannten, die wir da nochmal, nochmal am Start haben. Tim Civea unter anderem auch. Ähm, bei Saarbrücken, die ja mittlerweile in der Regionalliga unterwegs sind. Aber ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Oder? Oh, ich hätte euch bei sowas immer so gern mit dabei. Das ist das Einzige, was nervt, ne? Deswegen natürlich, die Livestreams, die sind in solchen Phasen ein bisschen besser. Da kannst du dann auch gemeinsam ein bisschen mal gucken und tun und machen. So muss ich immer auf eure Kommentare warten, weil ihr mal so lang braucht da, Mensch. Ne, aber das ist halt nur mal das System von so YouTube-Videos, ne? Die sind halt, die sind halt nicht live. Ähm, Inter will angeblich Serge Gnabry ausleihen von den Bayern. Auch nochmal ganz interessant. Aber weiß ich jetzt nicht, inwieweit das auch wirklich was wird. Aber werden wir, wenn dann schon, schon sehen. Pierre-Michel Lasogga geht zu Offenbach, Freunde. Pierre-Michel Lasogga ab nach Offenbach. Es ist ja der Wahnsinn. Es ist ja der Wahnsinn. Unglaublich. Ähm, sobald dann übrigens auch das Transferfenster geschlossen ist, dann werden wir das tun, was ich euch im letzten Part versprochen habe. Dann gucken wir einmal rein und schauen tatsächlich, welche Spieler für wie viel Geld gewechselt sind. Ob es in irgendeiner Art und Weise, und jetzt ist das Thema auch durch, ob es in irgendeiner Art und Weise, dann haben wir irgendwelche kranken Deals gehabt. Zum Beispiel Ljubicic von Köln für knapp 15 Millionen zu Leicester. Unglaublich. Baumgartel zu Köln für 5,25 Millionen. Das ist auch ein ordentlicher Deal, mein Lieber. Elversberg mit 13 Spielern die meisten Neuzugänge. Köln hat am meisten ausgegeben, aber auch am meisten Abgänge zu verzeichnen gehabt. Also es bleibt weiterhin spannend. Das haben wir soweit auch bestätigt, das passt. Heißt, wir gehen da mal rein. Auf die Weltkugel, auf die Welt, auf Transfers. Auf Transfers mal drauf. Und dann gucken wir mal bei Gebühr. So. Also, Kimmich wechselt zu den Bayern. Äh. Ganz stark, schlappi. Kimmich wechselt zu Arsenal. Für bis zu 141 Millionen. Ich glaube aber, den Kimmich wechsel haben wir an sich schon mitgekriegt. Na, guckt euch mal die Attribute an von Kimmich. Holy. Wessen schlechteste Attribute sind zweimal eine 10 bei der Sprunghöhe und bei der Kopfballtechnik? Mein Lieber. Boah, krank. Oseminen zu Newcastle. Thüram zu Liverpool. Von Inter. Auch Wahnsinn. Pino zu Man City. Von Villarreal. Der Flügelspieler. Jeremie Bino. Pepe von Porto zu Chelsea. Hendrik zu Real. Gut, das sind nochmal so ein paar Deals. Masraoui wechselt zu Arsenal. Schauen wir mal. Ich will jetzt natürlich nicht alle durchgehen. Lukaku zu Al-Idiat. Was verdient er da? 80 Millionen? Nur 60. Nur 60, Freunde. Also schwierig da. Jonathan Tah zu den Bayern. Okay. Die Bayern holen sich Jonathan Tah. Aber ansonsten, ja, ihr seht ja nochmal den einen oder anderen. Zürcher von Bologna zu den Bayern. Hatten die irgendeine Rückkaufoption? Ich weiß gar nicht, wie da tatsächlich der Tier war. Pascal Groß auch von den Bayern geholt. Die Bayern holen ein paar Nationalspieler, ein paar Deutsche rein. Okay. Okay, okay. Brelembolo zu Turin. Ex-Gladbacher. Wout Wechhorst von Burnley zu Feenort haben wir hier noch mit am Start. Und Heubiak von Tottenham zu Brighton. Saragossa, Granada zu Crystal Palace. So, das muss reichen. Mehr schauen wir uns erstmal nicht an, Freunde. Sonst versinken wir da in den Untiefen der Datenbank. Das ist ab und zu auch schön. Aber ich will heute das Spiel gegen Elversberg mit reinnehmen. Und ich will zum anderen Möller-Dehli loben. Ich glaube, das haben wir aber schon gemacht. Nee, haben wir noch nicht. Dann werden wir das natürlich mitgehen. Viele da von Pauli, ne? Wahnsinn. Und Karl Klaus ist verletzt. Oberschenkelprellung. Also, die Keeper haben da durchaus ein bisschen Probleme. Ich glaube, Martenia dürfte jetzt mittlerweile wieder zurück sein. Zumindest mal bis zum Testspiel. Und was mich auch noch interessieren würde, wie hat denn ein Karl Klaus so performt jetzt in der Zeit, in der er da ist? Mal rein nackt auf die Noten geguckt. Eine 7,1. Ja, er hat den 1 in 11er gehalten. Da ist natürlich auch nochmal Action. Kein Spiel zu Null gemacht. Ich glaube, auch keins gewonnen dann, ne? Aber hier eine ganz, ganz vernünftige Note. Martenia, wie gesagt, der dürfte, glaube ich, kann morgen wieder voll ins Training einsteigen. Ist wieder fit. Der dürfte dann auch das Testspiel angehen. Übrigens Usun unterwegs für die Nationalmannschaft, für die Deutsche U21. Fini Jeltsch unterwegs für die Deutsche U21. Kastrup, er war mit unterwegs für die Deutsche U21. Dann haben wir Sanogo U20 USA, Morrison U21 Schottland. Okay. Geil. Sehr, sehr geil. Mal schauen, ob Chan Usun... Och, Pipi. Oh, Freunde, das ist halt bitter. Das ist halt bitter. Pipi wieder angeschlagen. Der wird wieder das Testspiel nicht machen können, höchstwahrscheinlich. Ich will den Mann doch jetzt einfach mal nur langsam ein bisschen versuchen zu integrieren. Ein paar Abläufe hinzukriegen. Aber irgendwie ist er dauerhaft verletzt. Okay. So, U19-Junioren verlieren gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal der Junioren. Okay, okay, okay. Und wir haben nochmal den ein oder anderen Spieler, der über die Auswahlliste reinkommt. Martenia steigt wieder voll ins Training ein. Das ist sehr gut. Und hier haben wir auch nochmal die Übersicht. Also Hangbo kommt zurück. Karl-Klaus auch bald wieder da. Luhn dauert noch ein bisschen. Benedetto dauert noch ein bisschen. Und Pipi ist wieder da. Bei Pipi noch drei bis sieben Tage. Könnte sein, dass der zumindest mal 45 Minuten spielen kann, ohne größere Probleme gegen Memmingen. Würde ich schon ganz gerne jetzt langsam mal tun. Aber wir werden das gleich sehen. Ansonsten natürlich die Frage, will man taktisch nochmal vielleicht was ändern? Also leicht anpassen. Can Usun zwei Tore gemacht für die Deutsche U21. Beim 7 zu 0 sie gegen Zypern. Eine 8,3. Er hat nur in Anführungszeichen 30 Minuten gespielt. Wurde in der 60.9 gewechselt. Macht nochmal seine zwei Bütchen. Das ist doch herrlich. Und da gibt es nochmal irgendeinen Cup. Das heißt, wir machen hier mal Transfers. Und gehen auf vier Sterne. Und gucken einfach mal, was kommt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier nochmal die ganzen gescouteten Spieler. Aber, wie gesagt, das interessiert uns jetzt aktuell erst mal nicht. Würde ich fast behaupten. Bennett Bröger. Sieht ein bisschen aus wie No-Hand-Gaming auf den allerersten Blick, oder? Vom Gesicht zumindest, nicht von den Haaren. Wobei, ich weiß nicht, was der für Haare hat. So, Fotje mit dabei. Und Hakim Kista. Okay, okay, okay. Gehen wir weiter. Wir werden das Spiel gegen Elversberg auch, gegen Elversberg, gegen Memmingen auch einmal komplett machen. Sprich, uns die Tore anschauen, die dann jeweils fallen. Und eventuell können wir auch nochmal den einen oder anderen in der zweiten Mannschaft spielen lassen. Also, den Lele, glaube ich, den kann ich mal dauerhaft verfügbar machen jetzt mittlerweile. Ich glaube, fast Niklas Jahn machen wir auch mal dauerhaft verfügbar. Bräunig werde ich erstmal warten. Winsheimer, mal schauen. Aber die sollen gerne mal alle für die zweite erstmal spielen, weil die brauchen Matchpraxis. Gegen Schalding-Heiningen. Ja, okay, Kanji Okonuki warten wir mal ab. Der darf bei der ersten mit. Aber dann können wir da den einen oder anderen in der zweiten mal ein bisschen Spielpraxis sammeln lassen. Und den einen oder anderen dann auch in der ersten. Das macht Sinn. Übrigens, heute wieder am Start ein herrlicher Tee. Grüner Tee mit Senja. Ihr wisst noch, Freunde, als ich einst drüber geredet habe, was denn nun Senja wäre. Es ist wieder ein grüner Tee. Denn, und das ist ein Skandal für heute. Mittwoch, 20.03.2024, stand 16.21 Uhr Ortszeit hier gerade im Haus Erhösch. Und jetzt müsst ihr euch festhalten. Also wirklich festhalten. Und für die Leute, die da vielleicht ein bisschen, ne, heute eh schon nicht so gute Nachrichten bisher verkraften mussten, jetzt mal weghören. Weil jetzt wird es echt schlimm. Es ist kein Krümelchen oder keine Bohne Kaffee mehr im Haus. Wenn ich mir jetzt einen Kaffee machen wollen würde, ich könnte nicht. Ich müsste, ich müsste das Haus verlassen. Wir verlieren übrigens mit 3.2. Also, das ist krass. Das heißt, ihr wisst, was zu tun ist jetzt dann gleich. Es muss eingekauft werden. So, gerne mal drüber nachdenken an eurer Stelle. Wann hattet ihr das letzte Mal keinen Kaffee im Haus? Ist schon jemals sowas passiert in eurem Leben? Ich bin sehr gespannt. Wir werden währenddessen ein bisschen durchrotieren. Maximal 60 Minuten Pepi. Aber das ist wieder was, wo ich nichts riskieren will. Das heißt, wir bringen einmal entweder einen Benito Rahman. Oder, oder, oder. Warte mal, ich nehme erst mal die mit. Zumindest mal mit auf die Bank. Wo ist denn jetzt? Bräunig, Kind, Bräunig ist hier. Zumindest mal die mit auf die Bank, die prinzipiell spielen können. Und dann werde ich das, glaube ich, von der Bank aus aufstehen. Guckt euch das mal an, ja. Also, Pepi nehmen wir nicht mit. Hangbo nehmen wir nicht mit. Karl Klaus nehmen wir nicht mit. Die Benedetto nehmen wir auch nicht mit. Das heißt, die Spieler, die jetzt auf der Bank sind, können wir potenziell einsetzen. Ich glaube, Pepi, ich traue mich halt nicht. Auch wenn da steht, Fitnesstest bestanden. Ja, komm. Ich nehme ihn mal zumindest mit auf die Bank. So, das heißt, Kanji Okunuki kommt rein. Inversa-Außenstürmer auf Angreif. Ich meine, sein Abschluss ist jetzt nicht der allerbeste, aber der darf spielen. Hat aber auch nur 45. Bringe ich ihn dann jetzt? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Dann machen wir es anders. Dann bringen wir hier mal den Rahman, stellen Julian Kanya vorne rein. Thailan Duman kommt. Ja, da hätte ich jetzt gerne mal einen Kastrup gebracht. Ne, dann lasse ich ihn. Dann bringe ich einen Puerta für Flick. Äh, für Flick, für Möller-Daily. Trotzdem, das ist in Ordnung. Einen Noah Katerbach für Brown. Brown kriegt mal ein Päuschen. Brown übrigens nicht bei der U21 mit dabei. Das ist natürlich ein bisschen schade. Kann ich den eigentlich mittlerweile wieder von der Liste nehmen? Ich habe ihm ja ein Versprechen gegeben. Ich lasse ihn mal lieber drauf, bevor der meckert. Ich habe ihm ja ein Versprechen mitgegeben. Janis Horn darf spielen. Tim Handwerker, Mats Möller-Daily, Brown, Reichert. Ne, ich glaube, den Rest lassen wir erst mal. So, Freunde. Bisschen, so eine Art kleine Rumpf-Elf da, ne? Aber es hilft nichts. Ich glaube, wir werden es mal so angehen. Ein bisschen, ein bisschen durchrotieren. Ja. Wir gehen rein. Sieben von 15 Auswechselspielern nur am Start. Wir gucken mal, was das wird gegen Memmingen. Sicherlich ein ganz interessanter Test. Eine Mannschaft, die jetzt nicht, ähm, komplett gar nichts kann. Aber gegen die wir natürlich gewinnen müssen und sollten. Dementsprechend schauen wir mal, wer sich da durchsetzt. Und wirklich zeigt, dass er Bock hat. Ähm, wir machen einmal nur Kommentar. Und warten wir ab, wie das abläuft, Freunde. Ich trinke Tee. Ich trinke Tee. Alter, es ist echt bitter, dass Pipi jetzt schon wieder auslöst. Ich wollte ihm jetzt mal 90 Minuten geben. Gibt's denn das? 1-0 Klub, Katabach über die linke Seite. Ist es Ramann? Ne, ist es Puerta, der den jetzt wahrscheinlich gleich auf Canja querlegt. So ist es. Okay, Julian Canja also mit dem Türchen. Das wird ihm gut tun. Im Idealfall trifft auch ein Ramann. Beziehungsweise ich bin auch am überlegen, ob ich den Ramann irgendwie... Naja, wobei, ich bring dann eher Pipi, ne? Haben wir gesagt. Sonst hätte ich eventuell den Ramann in die Sturmspitze gestellt. Ähm, um da auch nochmal für ihn in der Position ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Also Doppelpack, das heißt, Canja trifft wieder. Teil an Dumann mit der Ecke. War das mit der Brust? Das sah wie ein Brusttor aus, Freunde. War das ein Brustlöser gerade? Entschuldigung. So, Abschluss für Memmingen. 24 Minuten durch. Keiner fällt ab. Framberger mit einer 6-6. Das ist notentechnisch so... ...der schlechteste. Und es gibt eine Elber. Und Teil an Dumann macht das 3-0. Auch das tut ihm gut. Also hier hat das Framberger eine 6-6. Limnios eine 6-8. Die rechte Seite. Da passiert noch nicht allzu viel. Aber 3-0 nach 35 Minuten gegen Memmingen. Das ist, glaube ich, schon mal ganz... ...ganz nice. Defensiv ein bisschen was zugelassen. Jekyll trifft! Erstes Tor von Frederik Jekyll. Sehr schön. Ist natürlich kein Pflichtspieltor, aber... ...auch das wird ihn ein bisschen pushen. Ein Framberger wirklich mit einer 6-7. Da muss ich dran denken. Ich weiß nicht, wer es war. Aber irgendjemand von euch hat in die Kommentare geschrieben... ...Framberger war bei mir gar nichts. Also in irgendeinem Save von euch da draußen... ...war Framberger scheinbar... ...sehr, sehr bad. Ich hoffe, das wird sich bei uns nicht wiederholen. Aber... ...in einer Partie, die so gerade läuft... ...ist er mit einer 6,6 unterwegs. Das ist natürlich fragwürdig. Dann bringen wir mal lieber Kaderbach. Ich bringe einen Handwerker rein. Bei Pepi, wie gesagt, warten wir erst noch mal. Limnios raus. Okonuki rein. Bräunig für Jekyll mal probieren. Martenia soll ruhig durchspielen. Und dann stelle ich mal einen Puerta... ...vielleicht da nach hinten... ...und bringe nochmal einen Matz auf der 10. Und da flickt nochmal pausieren. Ähm... Wie gesagt, Pepi warte ich mal. Ich glaube, Pepi bringen wir so in der... ...sagen wir mal keine Ahnung... ...sechzigsten, fünfundsechzigsten, sowas. Das war noch mal ein bisschen zumindest warten. Ich glaube, das wäre... ...sinnvoll. So, Okonuki scheinbar mit einer Vorlage. Kaderbach ist am Ball. Der... Oh, was ein Traumball von Kaderbach. Und dann Kanya... ...mit dem 5 zu 0. Kanyas dritter Treffer in dieser Partie. Traumhaft... ...von Kanji Okonuki. Und der nächste Treffer... ...auch den schauen wir nochmal an. Handwerker. Oh, der ist ja Wahnsinn hier. Meladelhi. Duman macht der auch noch eins. War abgefälscht, aber das soll uns wurscht sein. Tor ist Tor. Und dann also Kanya raus. Riccardo, Pepi, Rhein. Ja, man könnte Rhein theoretisch nochmal... ...ner Nathaniel Brown bringen. Mh... Mache ich auch mal. Bringe ich mal für Teil an Duman. Nathaniel Brown mal in der Zentrale... ...als BBM. Der Mann ist jung. Der Mann hat noch viel vor sich. Der kann auch mal so eine Position... ...für eine halbe Stunde in dem Testspiel spielen. Einfach nur um... ...um da auch mal ein bisschen zu gucken. Woher hat der Krieg? Gelb. Sehr gut. Auch in dem Testspiel geht der rein wie eine Ochse. Und wir loben nochmal. Wie gesagt, Pepi wäre jetzt geil... ...wenn der irgendwie noch eine Bude hinkriegt. Ist mir völlig egal, was das für ein Tor wird. Hauptsache, das steht auf der Ansage... ...Tafel. 6-0. Ne, 7-0 dann. Pepi. Nächste gelbe Handwerker. Gelb. Ja, Wahnsinn. Hat eine 6-6. Okonuki gerade ein bisschen angeschlagen gewesen... ...aber nicht verletzt. Und kriegt Pepi noch die Chance. Die letzten sieben Minuten. Fünf Minuten. Gelb für... ...also Mulas. Bitte mach noch ein Tor, Pepi. Abseits. Zwei Minuten Nachspielzeit. Ich weiß nicht, ob das noch passieren wird. Nein. Das Spiel ist aus. Ok. Also, kein Pepi-Tor. Pepi mit einer 6-5. Naja. Trotz alledem ein 6-0. Julian Kanja schießt sich in Topform. Und gleich geht es gegen Elversberg. Und wir haben wieder die Qual der Wahl, wie wir aufstellen. Ist jetzt dann ein Kanja doch irgendwie einen potenziellen Startelf-Spieler in der nächsten Partie gegen Elversberg, weil er gut in Form ist. Versucht man den Pepi gegen Elversberg so ein bisschen in Form zu bringen und zu hoffen, dass der dann da jetzt mal, dass der Knoten platzt. Fragen über Fragen. Die wir hoffentlich in wenigen Minuten klären werden. Und die hoffentlich zu unseren Gunsten ausgeht. Weil, wie gesagt, du hast jetzt brutale Spiele. Du hast in Elversberg, klar, musst du gewinnen. Wenn du hier verlierst, dann geht es danach zu Hause gegen die Ertta und nach Dresden und daheim gegen Schalke. Also namenstechnisch sehr, 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 sehr interessante Wochen nach Elversberg. Bei allem Respekt. Das ist jetzt namenstechnisch nicht so interessant. Also mal gucken, wie das laufen wird. Bräunig mit positiver Entwicklung. Wäre für die meisten Vereine der 3. Liga ein guter Spieler. Das ist doch schon mal ganz schön. Länderspiel-Überblick. Elf Minuten hat Rias Kalili gespielt. Und Hangbo kommt auch wieder zurück. Also, da müssen wir jetzt gleich mal gucken, dass wir die halbwegs sorgfältig, aber irgendwie auch trotzdem relativ in Anführungszeichen schnell, oh, Derby, wieder an die Mannschaft ranführen. Okunuki sag ich nochmal 45 Minuten. Weg ist er nicht. Winsheimer darf nochmal 90 ran. Reichert darf 90 im Derby ran. Malek Sanogo bringen wir auch nochmal 60 nach Länderspielpause. Uso nicht, Jeltsch nicht. Morrison kann nochmal spielen. Auch nochmal 60 von mir aus. Und da traue ich mich nicht so ganz. Das lassen wir mal lieber. Denn unser Spiel ist ja in zwei Tagen Teil an Duman verletzt. Aber nur eine Kleinigkeit. Einen Tag Pause. Das ist okay. Und dann ist es vielleicht so weit, dass wir einmal schon den kompletten Kader endlich mal for free beziehungsweise zur Verfügung haben. Nicht for free. Finjeltsch. Nee. Der wird nicht für die U19 spielen. Wettbewerbe, die es zu scouten gilt, können wir erstmal überspringen. Und dann rein da. Spieltag beginnt. Spieltag Nummer 6. Köln gegen Duisburg 0 zu 0. Hertha gewinnt 4 zu 0 gegen Holstein Kiel. Die Hertha damit wieder mit 12 Punkten auf Rang 2. Und wir, je nachdem wie es läuft, mit der Möglichkeit eventuell... Ey, das kannst du niemandem erzählen. Jetzt ist der Nogo wieder verletzt. Im Derby wurde der getackelt. Okay, das heißt, der ist in der Truppe nicht mit am Start. Den werden wir gegen Elversberg nicht im Kader haben. Tobias Hess können wir hier nochmal kritisieren. Da können wir nochmal reingehen. Nathaniel Brown nur eine 6-7-5. Das geht besser. Ich werde es jetzt auch mal ein bisschen abhängig machen von der nächsten Partie. Sollten wir gegen Elversberg jetzt notentechnisch wieder nicht gut unterwegs sein mit dem Großteil. Verlieren oder nur Unentschieden spielen, dann werde ich mal reingehen in die Einzelgespräche und die Form kritisieren von dem einen oder anderen. Aber jetzt gibt es erstmal noch die Chance. So. Also, bis auf Sanogo und Di Benedetto können prinzipiell oder könnten prinzipiell alle spielen. Aber das gucken wir uns an. Drei neue, nee, vier neue Reihen rotiert. Wenn ich das hier richtig sehe oder neu zu gänge. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau bedeutet, dadurch, dass die Saison ja schon relativ vorangeschritten ist. Und wir wechseln. Ich vertraue vorne Pepi. Auf der linken Seite natürlich Canil Masuzun wieder rein. Da gibt es ja überhaupt nichts drüber nachzudenken. Auf der rechten Seite ein Limnios. Müsste man mal schauen. Hier, 6-6-4 bei Usu, ne? Wahnsinn. Dann, Thailand Duman Puerta raus. Da kommt wieder Mats Möller-Deli rein. Ich gucke mal eben. Karl Klaus kommt wieder auf die Bank. Die Bank werden wir allgemein nochmal kurz neu machen. Dann, statt Horn, ein Finn Jelch. Katterbach würde ich tatsächlich wieder über die rechte Seite laufen lassen. Da hat mir Framberger wirklich überhaupt nicht gefallen. Der wird natürlich trotzdem mitgehen. Genauso wie ein Jannis Horn. Genauso wie ein Tim Handwerker. Kanji Okunuki kommt mit. Julian Kania kommt natürlich mit. Benito Ramankon mit. Die 3er Offensive. Kastrop haben halt auch das Versprechen abgegeben, ne? Müssen wir auch schon was noch mit dem machen. Chohangbo kommt zurück. Und dann wahrscheinlich wieder ein Gustavo Puerto. Äh, Puerto, äh, Puerta. Würde ich mal fast behaupten, oder? Es wird echt interessant, wenn alle wieder komplett fit und, äh, zu 100% einsatzfähig sind, wie man da die Bank immer macht. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich fast das Sinnvollste. Bei Jekyll muss man auch ein bisschen schauen. Der hat ja noch nicht so ganz so gut performt, aber das wird schon. Das wird, das wird, das wird. Und Limnios lasse ich auch drin. Brown 6, 6, 8. Handwerker eine 7, 0 in den letzten 5, aber da war ja auch das Testspiel dabei. Ich glaube, das gehen wir so an. Ansonsten, Kastrop kann halt auch hier diese Position noch angehen, ne? Nur eigentlich will ich ihn da nicht spielen, bin ich auch ganz ehrlich. Ich will den eigentlich schon in der Zentrale haben. Könnte also auch statt Katerbach rein. Naja, wir, ich würde sagen, äh, wir, ich würde sagen, was auch immer. Einmal fragen wir den Co-Trainer, was der da sagt. Dem vertrauen wir mal und dann gehen wir es an. Rein in die Partie. Pepi, also von Beginn an. Pepi soll jetzt bitte treffen und Pepi soll endlich ankommen in Nürnberg. Wir brauchen ihn da vorne. Wir gucken rein. Also, die Elf von Horst Steffen, Tim Boss, Fellauer, Sickinger, Konrad, Gadeca, Jain Jakobsen, Villatzen, Ambrose, Schnellbacher und Milosevic. Und genießt die 90 Minuten, geht raus, Heft des Handels in die Hand nehmen, Buden machen, Tore schießen, Spaß haben, gewinnen, Auswärtssieg. Was gibt es noch für Schlagworte für heute? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken es uns an. Also, das ist heute wieder so ein Knackpunktspiel, wie es oftmals ist, ne? Wie das sogenannte, ähm, jetzt hätten wir das Wort nicht ein, was ich sagen wollte. Oh. Mir fällt es gerade nicht ein, Freunde. Ist ja wurscht. Wie auf jeden Fall das Bild entsteht, wie die Geschichte ist, ähm, was die Leute denken. Drei Spiele in Folge unentschieden gespielt. Sollten wir das jetzt gewinnen? Dann sind wir weiter in dieser Saison ungeschlagen. Haben aus sechs Spielen, ich glaube, dann zwölf Punkte. Das wäre ein zweier Schnitt, das wäre überragend. Sollten wir es verlieren, heißt, seit vier Spielen nicht mehr gewonnen, ne? Kleine Krise oder was? Das Narrativ. Das Wort, das ich gesucht habe, war das Narrativ. Also, so schnell kann es dann gehen im Fußball. Wir wollen das natürlich positiv angehen. Allerdings brutale Möglichkeit für Eversberg. Eversberg, der letzte Saison wahnsinnig gut gespielt. Diese Saison scheinbar eher wieder ein Abstiegskandidat. Das verflixte zweite Jahr als Aufsteiger. Man kennt es. Nathaniel Brown. Yelch, vielleicht der erste Angriff für uns. Yelch auf. Florian Flick. Der hat ein bisschen Platz. Die Thailand-Dumann. Thailand-Dumann. Kann er den durchstecken? Macht es erst mal selbst. Immer noch Duman. Thailand-Dumann. Wo ist Pepi? Wo ist er? Abgelegt auf Limnios. Limnios zieht. Und Limnios kriegt ihn nicht unter. Schöner Abschluss. Achte Minute. Hat nicht allzu viel gefehlt. Schöner Schlenzer. Aber geht knapp vorbei. Und scheinbar war das der Weckruf für unsere Offensive. Chanusun. Auf hin, Yelch. Florian Flick. Wieder Limnios über die Seite. Was schon aber den Ball in die Mitte bringen kann. Nimm nochmal Thailand-Dumann mit. Auf Katterbach. Wieder Limnios. Was? Wollt ein bisschen mehr noch schlenzen, das Ding. Da fehlt nicht viel. Sehr, sehr ähnliche Möglichkeit. Wieder geht er leider knapp vorbei. Und Katterbach, das scheint die richtige Option und Entscheidung gewesen zu sein, den statt Framberger auf rechts hinten zu bringen. Macht das scheinbar sehr, sehr gut momentan. So, ich ermutige die Mannschaft. Usu noch ein bisschen platt von der Länderspielreise. Also alles in Ordnung, aber nicht ganz zu 100% frisch. Und dann ist es wieder Elversberg. Die kommen. Karic. Schnellbacher. Wieder Karic. Jakobsen. Oh, ich dachte kurz, es gibt vielleicht einen Elver. Und so eine gefährliche Situation im FM. Und Fellhauer. Und Martini. Komischer Abpraller. Auch ein sehr hoher XG-Wert aus der Position. Dresden-Darmstadt momentan 1-1. Rostock führt ihn, beziehungsweise zu Hause mit 2-0 jetzt mittlerweile, gegen Osnabrück. Finjelsch, Möller-Dehli, Thailan-Dumann. Jickel ruhig spielen. Jawohl. Katterbach, Limnios. Wieder Noah Katterbach. Limnios geht die Linie entlang. Kriegt ihn gespielt. Limnios. Auf Thailan-Dumann. Florian Flick mit viel Platz. Mats Möller-Dehli. Schöner Ball auf Braun. Braun zieht in die Mitte, legt ab Thailan-Dumann. Nimm ihn nochmal und schieß ihn von dir aus rechts unten ins Eck. Mein Bester. Aber ein schöner Spielzug. Viel, viel Ball besitzt für uns. Die ein oder andere ganz vernünftige Möglichkeit. Aber, oh oh, nichtsdestotrotz, Eversberg immer mal wieder mit ganz ordentlichem Angriff. Also die machen das mit dem bisschen Ballbesitz, das sie haben. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Das wird nicht leicht. Thailan-Dumann, jetzt muss was passieren. Limnios. Kann er den durchspielen? Oder macht er selbst? Er macht selbst. Aber auch der Abschluss nicht gut genug. Nächster Angriff. Pipi. Kommt nicht ran. Kornrad. Sikinger. Auf Willatzen. Der über außen angeschlagener Mann. Kann den Ball aber in die Mitte bringen. Schnell, Bacher. Drüber. Martinia. Muss nicht eingreifen. Acht Minuten noch in Durchgang 1. Also unsere Spiele sind weiterhin knapp. Wir kriegen es aktuell noch nicht so ganz hin, eine Dominanz, sage ich mal, aufzubauen. Klar, wir hatten jetzt viele Verletzte und Neuzugänge sind auch mit am Start, die erst integriert werden müssen. Es dauert einfach so eine Zeit. Ich meine, allein heute sind es, glaube ich, vier in der Startelf, oder? Aber wir müssen natürlich, inakzeptabel, er war nicht so schlecht und unzufrieden, wir müssen das natürlich irgendwie hinkriegen. Und wenn das dann mal läuft, dann passt das auch. Da bin ich guter Dinge. So. Ich glaube, ich mache das Tempo mal 1 niedriger. Und gehe dafür mit der Defensivlinie noch auf mehr aufrücken. Gehen wir rein. Zweite Halbzeit. Wie kommen wir hier aus der Pause in Elversberg mit, was war es jetzt? Ich glaube, Hertha vor der Brust. Ja, Heimspiel gegen die Hertha. Das wird Wahnsinn. Das wird ein richtig schönes Kräftemessen. Da sollten wir, wie gesagt, nicht mit Druck reingehen müssen. Sikkinger. Semijahin. Oh, Fellhauer. Willatzen. Gut von Usun. Braun. Möller. Dehli. Schade. Ich dachte gerade, wir kriegen vielleicht sogar ein schnelles Tor nach der Pause. Hätte ich genommen, Freunde. Pepe übrigens 6-4. Usun 6-4. Also die zwei, die schon eigentlich Unterschiedsspieler sind, in dem Kader, machen leider nicht den Unterschied. Zweite Halbzeit geht eher an uns vom Matchmomentum. Aber noch keine großartigen Chancen. Stunde durch. Wir wechseln und ich werde beide rausnehmen. Kanji Okunuki kommt rein und Kanya kommt rein. Ähm, noch dazu Möller-Dehli. Ne, Möller-Dehli muss schon bleiben. Mh, mh, mh. Limnios zumindest eine 6-8. Ne, wir lassen es mal dabei. Wir lassen es mal dabei. Usun raus. Der Golden Boy raus. Die zwei marktwertstärksten raus. Aber wir gehen hier nach dem Leistungsprinzip, Freunde. Wir sind ja hier nicht bei der deutschen Nationalmannschaft von vor ein paar Jahren. Ja, und er macht's. Aber abseits. Oh, ich hab auf Linienrichter geguckt. Kanji Okunuki. Es wird geprüft. Aber der Mann stand scheinbar im Abseits. Und im Normalfall, wenn der Assi die Fahne hebt, ist er immer auf Abseits. So ist es. Das wär's gewesen. Wenige Sekunden auf dem Platz. Oh, so richtig dumm vor allem. Ich mein, oh Gott. So völlig unnötig. Also, nicht unnötig im Sinne von dumm von ihm, sondern so. Warum? Der hat das Tor genauso gemacht. Wäre er nicht im Abseits gestanden. War kein Vorwurf. War eine knappe Geschichte. Limnios. So, vielleicht jetzt ein bisschen mehr Schwung. Mit den beiden neun. Katterbach. Zieht in die Mitte. Nimmt Jekyll mit. Jekyll auf. Florian Flick. Meladelhi. Schöner Ball auf Okunuki. Der sorgt für Alarm. Und der macht ihn leider nicht. Der macht ihn leider nicht. Nächste gute Chance. Von Kanji Okunuki. Ich ermutige nochmal. 67 Minuten durch. Gelb für Karic. Zweite Halbzeit gehört nur uns. Aber es ist leider alles in allem noch zu wenig. So, wir werden nochmal wechseln. Ähm, die Frage ist, was machen wir. Rahman kommt rein. Okunuki auf die rechte Seite. Handwerker für Brown. Ich glaube, ich wechsle gleich komplett. Thailan Duman raus. Kastrop rein. Let's go. 75. Der Dreifachwechsel. Wir nehmen alle mit rein. Fordern nochmal mehr. Fordern nochmal mehr. Es gibt den Abschluss. Ich bin am überlegen, ob ich auf Offensiv gehen soll. Und ich glaube, ich mache es auch. Wir versuchen es. Mutige Trainer sind mutig. Let's go. Klick kaputt. Kaderbach langsam kaputt. Elversberg wechselt auch nochmal. Ermutigen. Gibt es irgendwie den Lucky Punch. Fünf Minuten Nachspielzeit. wird das hier 0-0 in Elversberg. Das vierte unentschieden in Folge. Ja. Es deutet sehr viel darauf hin. Außer wir machen jetzt nach der Ecke die Bude. Mats, Möller, Dehli steht bereit. Ich hoffe, der führt ihn noch aus. Ja, Flanke kommt. Jickel im Testspiel getroffen heute nicht. Und dann ist Schluss. Super, Freunde. Extra lange Folge. Wir sind irgendwie bei 40 Minuten jetzt dann gleich am Ende der Folge. Und haben kein Tor gesehen. 0-0. Übers ganze Spiel. Ihr seht, das ist halt der krasse Ausschlag vom XG-Wert. Diese eine Aktion. Ähm, jo. Es ist in Ordnung, das Unentschieden. Trotzdem. Es fehlt. Ich bin unzufrieden. Es fehlt vorne. Wir müssen uns besser einspielen. Aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Wir müssen einen Pipi ins Rollen kriegen. Als Beispiel. Und das gelingt noch nicht. Hei, das aus. Okay. Schauen wir mal, wo wir landen. Und dann haben wir jetzt gleich das Spiel gegen die Hertha. Das schon mal verdammt wichtig wird. Es bleibt scheinbar Platz 5. Wobei, nee, es ist ja erst Samstag. Braunschweig gewinnt gegen die Westhorstatt. Rostow gewinnt Dresden mit dem Unentschieden. Das heißt, wir nehmen nochmal den Sonntag mit. Und gucken dann, auf welchem Tabellenplatz wir verweilen. Aber die Partie dann im nächsten Part, sprich morgen gegen Hertha, wird dann schon insofern wichtig, dass wir natürlich mit einem Sieg versuchen müssen, an den dran zu bleiben. Also, das gilt es dann gleich mal abzuwarten. Aber wir nehmen mal den Spieltag noch kurz mit. Also, Pauli in Düsseldorf, Karlsruhe gegen Magdeburg, Schalke gegen Paderborn. Und dann gucken wir uns die Tabelle an. Hertha, Dresden, Schalke. So, Spiele sind gespielt. Wir stehen auf Rang 6. Es sind momentan zwei Punkte hinter der Hertha. Also, zu Hause gegen Berlin verlieren, definitiv verboten. Wir wollen da schon den Sieg. Also, wir sind weiterhin ungeschlagen. Damit übrigens die einzige Mannschaft in Liga 2, die ungeschlagen ist. Das ist positiv. Aber lieber hätte ich statt vier Niederlagen zwei Siege und zwei Unentschieden. Äh, statt vier Unentschieden zwei Siege und zwei Niederlagen. So rum. Das wäre schöner gewesen. Hätten wir zwei Pünktchen mehr, oder? Sechs Punkte statt vier, ja. Naja. Aber es sind auch nur drei Punkte auf dem ersten. Also, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Schalke auf vier. Also, Hertha, Schalke gegen den dritten und vierten würden wir spielen. Und Dresden auf Rang 10. Das sind so die nächsten Aufgaben. Aber gut, ich würde sagen, wir sind soweit für heute durch. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt die mir gerne unten rein. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sind wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts von dieser Serie. Schaut auf Twitch vorbei für herrliche Livestreams. Und wenn ihr euch den FM holen wollt, ist da ebenfalls ein Link in der Videobeschreibung. Mit dem Kopf-Badeschlappen-LP könnt ihr euch das gute Spiel für knapp, ich glaube, 33 Euro oder so aktuell holen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. In dem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke für euren Support. Macht's gut. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Servus. Und ich wünsche euch diesen Kanal. Untertitelung des ZDF, 2020